Komm, Kuh. Leute, heute spielen Ben und ich ein... Leute! Kennst du diese Videos, wo man dann halt so... Ach, ihr seid hier, herzlich willkommen, das ist ja ein Zufall, dass wir hier gerade uns in Minecraft treffen an der Stelle, wie da ist. Ui, 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 ui. Leute, wir starten mit der Aufnahme und zwar spielen wir heute Mopeds. Ich dachte, was geht denn bei dir los, ist ein Flötenheimer in deiner Wohnung. Flötenheimer! Und zwar, ey, hier ist eine... Das ist meine Oma! Das ist meine Oma! Das ist meine Oma, nicht deine Oma. Okay, dann ist Bens Oma, auch wenn die Ähnlichkeiten jetzt nicht so krass sind. Ach so, ich dachte, die Star-Saxe ist. Was sagt sie? Ich kann keine Englisch. Sie hat ein Tool, womit wir alles cute machen können. Oh mein Gott! Und... Ey, Ben hat's gekriegt! Ich hab's zweimal gekriegt. Ach so. Das ist der Cutiefy-Zauberstab. Oh mein Gott, ich muss euch was richtig Cutes zeigen. Das hab ich mir gerade eben gekauft und ich muss das mitnehmen, obwohl ich solche Sachen eigentlich nicht kaufe. Pass auf. Ich hab ein kleines Pflänzchen. Das ist so süß. Guck mal wie eine kleine Pflanze an. Normalerweise sterben die immer bei mir, aber ich dachte mir, dieses Mal schaff ich's. Also wir können die mit dem Zauberstab, können wir Tiere in Babys, also süße Babys verwandeln. Okay. Und die gibt uns jetzt, die gibt uns jetzt gleich noch, ähm, äh, wollte sie eigentlich? Äh, Cookies geben, womit wir die dann quasi tamen können und dass die uns hinterherren. Ah, okay, 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 mehr. Äh, Sugar Cookies. Oh, wie die mit ihrer Brille rumspielen. Ah, wir müssen in ihr Haus, in ihre Butze, Alter. Erstmal ausrauben, die Omi. Hey, sie hat uns doch erlaubt. Ey, hier ist auch Rüstung, nimm das mal hier. Oh, cool. Ich nehm, äh, die hier. Nimm rot. Das Tax-Shirt-Pack ist auch voll niedlich, Alter. Hier ist alles cute. Danke. Gut, das hast du gemacht. Ja, moin, man. Okay, wir müssen jetzt Tiere finden und die müssen wir cutiefieren. Da ist ein Schaf. Ja, ein Schaf. Ich hab's gesehen, ich darf die Schafen. Ich will aber, ich will kein Schaf haben, ich will ein Schwein haben oder sowas. Ich will ein kleines Haustier-Schwein. Guck mal. Zeig, 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 zeig. Oh, wie süß. Aber ich will auch kein Schaf eigentlich. Ja, ein Schaf. Slime, da ist ein Slime. Nee, ein Baby-Slime. Aber das wenigstens mal gucken, wie die aussehen. Ah ja, stimmt. Dann muss es, ah ja, dann muss es ja nicht zähmen. Oh, okay. Der Schleim sieht schon ein bisschen süßer aus. Wir können es ja noch mehr Cookies auch machen. Ich hab ein Hühnchen gesehen, Ben. Komm mit, komm mit, komm mit. Ein Chicken-Nugget. Alter, Ben. Oh. Das Hühnchen ist schon süß. Ja, aber ich will eher so Zombie oder so. Ja, Zombie. Aber dafür müssen wir, glaube ich, warten, bis es Nacht ist, oder? Yeah. Ich will, aber eigentlich... Oder wir craften uns mehr Cookies. Nee, ich will ein Schwein. Ich will ein Schwein. Jetzt! Okay, komm mit. Wir gehen mal hier hoch und, äh... Da kommt man nicht hoch. Da kommt man hier. Doch. Ich bin Tarzan. Hallo. Na gut, ein bisschen muss ich hier die Map abformen. Terraform. So nett wird das heutzutage. Ein bisschen muss ich im Game Mode hochfliegen. Also, ich kann hier von oben alles... Ein Panda. Ich hole mir den Panda. Alter, ein Panda? Der Panda ist mir. Ui, beinahe gestorben. Lol. Oh, hier ist ein Schaf, äh... gewesen. Bäckerschmecker. Ey, Ben, du klaust mir jetzt nicht den Panda. Das ist meiner. Ich klau dir gar nichts. Ich weiß ja nicht mehr, wo der ist. Ja, ich weiß, wo er ist. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Ach, der ist hier auf dem Berg, oder? Ah, hier, ich hab einen. Hast du den? Das ist ein anderer. Das ist ein anderer Panda. Ich will den, den ich gesehen hab. Okay, dann... Oh! Das ist wie ein Hase irgendwie, ne? Ein bisschen... Da ist ein Schwein. Schwein! Okay, warte. Warte, warte. Na, Alter, dann bricht das Schwein. Ich wollte eh das Schwein als erstes. Und vielleicht reicht es ja dann auch für diesen Panda hier. Oder so. Oh mein Gott, Leute. Meine Versprechen kann ich safe halten. Okay, hier, pass auf. Schwein, du bist mein. Ich hab's. Ich hab's. Komm mit. Schwein. Nice. Ey, ich hab mein erstes Haus hier. Nice. Okay, Ben. Schwein ist, glaube ich, echt nice. Also, näher, es gibt ja auch Rassen, die werden dann wirklich auch so 200 Kilo schwer oder so. Das ist dann vielleicht ein bisschen problematisch. Kühe, Ben, Kühe. Mach die Kuglein. Ich mag Pferde nicht. Kuh. Ich nehme die Kuh, glaube ich. Oh mein Gott, die ist richtig cute. Die hat richtig nice bekommen. Die ist, oh mein Gott, die ist richtig cute. Alter, hier war noch eine Kuh, die will ich auch haben. Hast du gehört, wie die gefressen hat? Ja, 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 ja. Wie du, wenn es Cookies gibt. Wie sehen Pferde ein kleiner aus? Hä? Guck mal, es ist ein kleines Pony geworden. Ja, ich mag Pferde, aber nicht. Ja, ich auch nicht so. Alter, da ist eine Kuh, da ist eine Kuh, die hol ich mir. Ich hab schon eine Kuh, nicht nachmachen. Okay, dann halt nicht. Ich, stell dir vor, wir finden hier einen Fuchs, Alter. Füchse sind übel selten. Ja, aber nichts ist unmöglich, Ben. Ich will diesen Fuchs hier haben. Let's go. Nichts ist unmöglich, Toyota. Genau. Ah ja, hier, hier findest du doch... Einen Enderdrachen. Oder ein Enderman, ein Klein. Das wäre ja mal so cool. Oh mein Gott, da fallen mir direkt die Haare in den Mund. Geil. Nice. Na, Squids und so, also Tintenfische gibt es natürlich auch. Boah, kann ich auch kleine Fische ver-cuten? Das wäre jetzt krass. Oh, hier sind Ertrunkene. Ertrunkene? Cutie-Dinge? Loll! Nein, der hat einen Mini-Dreizeit. Oh mein Gott. Guckt euch den an. Oh mein Gott, ich ertrinke. So süß ist er. Boah, und deine Kuh ist so cool. Aber warum hat... Die Kuh kriegt irgendwie ein bisschen... Die sieht ein bisschen angepisst aus. Ja, die sieht ein bisschen so aus, als wäre die gerade aufgestanden und müsste... Alter, der Ertrunkene ist mega nass. Und müsste zur Schule, wo immer das Fenster auf ist. Oder sie muss auf Toilette. Leute, ihr tut mir sowas von leid. Ich habe heute mal mitgekriegt, was die Schüler so in der Schule machen. Ihr müsst da mit Maske sitzen. Und Fenster ist auf. Im Winter. Und es ist arschkalt. Wirklich. I'm so sorry. Echt, die haben das Fenster? Ach so, ja gut. Ja, natürlich. Wegen Corona-Mona. Aber Maske finde ich ja... Creeper! Ui, 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 ui. Mach ihn cute, mach ihn cute. Hab ich. Ich hab die Kunst-Armee, ey. Jo, komm raus, komm raus. Ich will den Creeper draußen sehen. Hier ist schlechtes Licht. Ich sehe hier nichts. Creeper! Da ist er, da ist er. Oh mein Gott! Ich hab so eine nice Armee. Ohne Witz, du hast so eine nice Armee. Meine... Also, ich hab ja noch nicht mal... Ich hab noch nicht mal zwei Stück. Ey, ich hab hier ein Dorf gefunden. Ob's hier eine Katze... Ich will hier eine Katze haben. Was ist denn das hier für ein Dorf? Alter. Was ist hier? Villager? Nee, den kann man nicht cutie machen. Der will... Der will einem was andrehen, Alter. Lama! Lama! Das gehört mir. Das ist meins. Chill. Oh mein Gott. I'm so sorry. Ich bin voll hype. Lama? Oh mein Gott! Okay, das Lama sind... Ich hab meinen letzten Cookie ausgegeben gerade. Oh, für was? Für was? Für was? Für eine Baby-Spille! Jo, warte, 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 warte. Ich komm vorbei. Oh mein Gott! Du hast voll die böse Armee? Ja, Mann. Mit Ausnahme von... Von... Von deiner Kuh da. Deine Kuh weint! Deine Kuh weint! Mein Schwein weint auch! Warum? Müssen wir sie füttern oder so? Also mein Schwein weint jetzt gerade nicht mehr. Ah! Was hast du gemacht? Das weiß nicht viel über mich. Das sind really no much yet. Oh, warte. Das weiß nicht viel. Kann man die trainieren oder so? Ja, man kann die safe trainieren. 100 Pro. Ah, ich hab's! Ah. Shift-Rechts-Klick, ne? Ja, aber das hat nur einmal bei mir jetzt funktioniert. Ja, ja, das hat Cooldown. Ah, das hat einen Cooldown. Oh, okay. Wir haben rausgefunden, wie wir das Ding streicheln können. Und wenn wir das genug streicheln und diebhaben und füttern und so, dann kann es auch irgendwann mal Sachen leeren. Holy damn. Okay, Ben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Suche nach einem Baby-Anderheimer. Oh, noch ein Dorf. Direkt daneben einfach. Was ist hier? Fuchse! 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 Meins! Meins! Oh mein Gott, der Fuchs ist aber hässlich. Den finde ich aber... Den finde ich aber... Ey! Skelett! Ey, mein Schwein greift es an! Ey, hör auf! Ich kann das... Ich kann das Skelett nicht zähmen! Nein! Ey, ist gerade dein Creeper explodiert? Ja, der kann eine Explosionsattacke offensichtlich. Ach, ach so, er lebt noch. Ich hab mich gerade gewundert. Aber man kann... Pet hat eine... Also, er streichelt hat einen krassen Cooldown. Ey, komm, Lama. Salami. Zombie-Armee hier. Salami. Ey, wir können doch mal... Haben wir schon einen Zombie-Klein gemacht? Mach doch mal einen Zombie-Klein. Ich hab doch eine Trunkenen schon. Aua! Alter, der Creeper ist so peh, ne? Ja, der hat mich ganz weggeboxt. Mein Schwein greift an! Oh nein, mein Schwein ist traurig! Alter, mein Creeper fetzt die alle weg! Hilfe! Ich brauch Hilfe! Alter, mein Creeper, guck dir jemand an! Oh mein Gott, unsere Dinger sind so sad! Der ist ein Dreizack von der Trunkenen, guck mal! Geil! Alter, dein Creeper ist übelstark! Komm, Kuh! Dein Creeper hat mich weggeflext, Alter! Warum sind die traurig? Ich weiß auch nicht, vielleicht weil sie gekämpft haben. Forgetful Potion! Ich hab grad eben nochmal in die Hütte von Oma geguckt. Und hier ist eine Forgetful Potion. Was macht die? Oh mein Gott! Das löscht die Erinnerung von meinem Pet. Aber es löscht halt auch, dass das Pet mich davor gemocht hat. Warum sollte man das benutzen? Vielleicht. Keine Ahnung. Aber es sagt immer noch, dass es mich nicht kennt. Wieso kennt es mich nicht, Bro? Alter, hier kommt ein Mini-Willi angesprintet. Hast du keine Cookies mehr? Doch, ich hab noch drei Cookies. Creeper, aufpassen! Kommt dein Creeper hier gerade oder was? Ah ja. Warum schlage ich den eigentlich die ganze Zeit mit der Hand? Oh mein Gott, ich bin ja richtig dumm! Ich hab doch ein Schwert! Endermann, Endermann, Endermann! Du hast kein Cookie mehr. Scheiße, ich hab doch drei Cookies. Er hat sich weg-teleportiert. Oh, Ben, wir müssen den Endermann finden. Wo ist er denn? Da ist er, auf dem Baum! Auf dem Baum? Okay, langsam und vorsichtig. Baby Endermann! Nice, Alter, ob der sich auch teleportieren kann und so? Keine Ahnung. Endermänner sind ja schon stark. Ja, 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 jetzt hab ich einen starken in meiner Hand. Alter, der hat sich teleportiert. Ja, er teleportiert sich jemals zu mir. Nice. Hä? Okay, zwei Cookies hab ich noch. Das wäre cool, wenn wir unsere gegeneinander kämpfen könnten. Das stimmt. Und Alter, hier ist ein Wolf, hier ist ein Wolf. Wolf ist auch cool. Uh, cute. Okay, wir haben jetzt schon ein paar Haustiere gesammelt. Es gibt auf jeden Fall noch den Ender Dragon als Cutie. Wir können ja mal versuchen, ja, wir können uns ja mal versuchen in der nächsten Folge, den Ender Dragon zu zähmen. Das wird auf jeden Fall nice. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr alle, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich ums mehr. Ich will noch einen schönen Tag, morgen Abend, abends. Ciao. Ciao.